Hallo Jo, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Modovlog Heute gibt es einen kleinen Zusammenschnitt aus der Fahrt, die wir gerade hier unternehmen Vorne voraus fährt mein Bruder mit seiner Kawasaki grünen R1 Hinter mir direkt ist Tobi mit meiner Schwester hinten drauf Und dahinter ist mein Dad Und da fahren wir halt mal ein bisschen, ich bin durch die Schwachhaus Was machen wir denn da? Die Union Roller Ist das eine Kacke? Das ist keine Kacke Aber wirklich so genau zu schnaug Alter, wie hat der denn bitte gerade geknallt Junge Junge Alter, ist das laut Alter, das hier ist so eine geile Strecke Die ist gar nicht nur so weit von mir Ich hab die noch nie gesehen Das ist eine fantastische Musik Das ist eine fantastische Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF Das ist eine fantastische Musik Das ist eine fantastische Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF Das ist eine fantastische Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF Das ist eine fantastische Musik Das ist eine fantastische Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF Da oben da Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video Leute Tschüssi Tschüssi